guten morgen und herzlich willkommen zur wir haben viel zu viel zeug für viel zu wenig leute hallo freunde und herzlich willkommen zum with full force 2018 reisegruppe pavel john ist fast vollzählig zwei menschen fehlen noch ein kilometer ihr erinnert ihr euch eventuell an diese szene aus dem letzten jahr der traurige furchtbare moment in dem die eule gestorben ist und jetzt gibt es eulung 2.0 sieht schön aus bei euch oder ist aber auch nicht schöner aussicht oh mein gott ich sehe da vorne schon das backdrop von oceans alaska und ich raste gleich aus und ich will die unbedingt sehen und ich freue mich so sehr oh mein gott hilf ich muss sterben mit full force what the fuck is up ja hast du noch mehr glitzer? auf jeden fall! das ist zur saufelop? ich hab schon! ich hab schon! ja! ein traum! ein traum! oh es wird schön! das kenne ich! hallo! ich hab letztes jahr dein ding da gesehen! mein ding? ja! dein youtube ding da! cool! der merch ist da vorne! wuuu! wuuu! traumhaft! traumhaft! oh mein Gott ist ja heuer von mir noch mehr. ohi! 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 ohm! Full-Busse ist mega geil. Ich bin seit 15 Jahren hier. Voll gut. Also für mich ist es das fünfte Jahr. Und meinst du, es gibt einen Menschen, der schon 25 Mal hier war? Nein, glaube ich nicht. Eher auch nicht. Lass dich überraschen. All das. Berliner Luft. Ich habe einen dicken Popel in der Nase. Boden, Boden. Zeig mal. Zeig mal. Was denn? Anstrahlen. Ah, schreckliche Anstrahlen. Ja, na. Was ist hier aus dem Gurt? Ach, Brügel. Wisst ihr, heute das Full-Force noch eine Million Mal attraktiver machen würde, wenn Alexander und Julian nicht sind? Also ich muss mal sagen, jetzt, wo wir letztes Jahr, hatten wir ja wirklich einen sehr kurzen Weg zum Bus. Aber jetzt, wo man so ein bisschen weiter laufen muss, ist ein bisschen mehr Ackerfeeling. Das ist schön. Das ist schön. Wir gehen jetzt ganz leise in den Palast der Liebe und beobachten die Hasen beim Schlafen. Sind sie nicht süß? Sofie hat übrigens mal wieder ihre fantastische grüne Bohle mit blauen Früchten gemacht. Schnelli. Nice to meet you. How are you? Nice to see you, man. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. Mir ist im Rucksack meine Berliner Luft ausgelaufen und alles ist blass und fliegt. Ich dachte, mein Rucksack kann nicht mehr ranziger werden. Scheiße. Scheiße. ist ein bisschen mehr aufgelaufen. Nein. Ich habe heute erst von dir gesprochen. Ich habe heute noch ein paar Tage. Es ist angenehme Luft draußen, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, ich finde es sehr gut. Wie weit ist es noch? Sind wir schon da? Wir tun die Füße weh, wir müssen pullern, es ist kalt, wann sind wir schon da? Hallo, hey, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey. Jetzt eskaliert es, Alter. Wuhuuu! Und dort und überall, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären, das sind die Gummibären. Danke schön. Nächster Song, Nächster Song, Mila Superstar oder die Kickers oder die Teufels. Ich habe mir schon die Rettungstruppe gewünscht. Ich habe mir Patches gekauft, einmal diesen hier und einmal den hier, weil ich böse bin und noch gerade mehr. Wir packen noch mal die Eule auf. Ja, wuuu, die Eule kommt, ich bin so schön. Das habe ich heute Gefühl, ja? Lüge, haer, haer, haer. Es schmeckt fest nicht die Eule. Wenn ihr das schmecken könntet, was wir gerade so traumha granten haben, ein Schmauß! Danke! Hier gibt es diesen tollen Beerenweinestand. Die Beerenweine kenne ich aus dem Itemshop. Die haben super leckeres Kirschbier. Aber hatten sie nicht da. Deswegen hat sie mir jetzt Kirschmähd mit Bier gemischt. Sehr lecker! Sehr lecker! Hallo! Ich grüße mich selber! 1. 1. 1. 1. Musik Du machst das letztes Jahr schon ein Video. Natürlich brauche ich da, ich bin immer da. Ich fühle dich gut. Beste Mann. Beste Mann. Du auch. Jetzt soll ich dir alles abnehmen. Dreck mal. Das ist ein bisschen herz. Hallo. Ich bin nur der Dreck. 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 Live vom Full Force Mukbang. Zum Glück hat es einen riesen Maul. Dreckig. Wenn ihr die irgendwo seht, geht da essen. Freunde, ich liebe euch alle sehr. Und ich finde es fantastisch, wenn mich Menschen ansprechen. Aber einfach an meine Hörner fassen. Sexuelle Belästigung. Dreckig. Nein, nicht jetzt. Googlar! Vielen Stockholzer! Eine Hölle! Das war's für heute. Vollverlust! Vollverlust! Ich krieg nice rice. Yeah, geil, danke! Hallo, heute ist Samstag. Das war der perfekte Moment! Oh mein Gott! Geil! Hattest du die die ganze Zeit schon dabei? Ja, ich hab sie vergessen, ich hab nur auf diesen einen Moment gewartet! Geil, Mann! Der putzt sich jetzt erst die Zähne, kann man das fassen? Unmöglich! Diese Metaller, allesamt durch die Bank weg! Ekelhaft! Etwa so lecker! Parvel John? Das sieht so gut aus, oder? Parvel! Parvel! Schnell weg, wenn es mir gut geht! Die Jahaoara! I hope I'm happy, oh oh oh! I'll pass me in a ripple of light! With the fire! Was? Was war die Frage? Wiederholst du die Frage bitte. Wir fragen doch mal. Ich hab überhaupt nicht gefragt. Wir haben was im Zahn. Schlange holst du raus. Wir kalten. Wir stampen. Wir arbeiten. De, Justin,弱. Ach, ihren Stecker're. 1. 2. Die Neue. Die Hide! Alter, wir haben Dari schon wieder verloren. Oh mein Gott! Wuhu! Surprise! Wuhu! 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 Sind wir dann bisher der dumpfen? ラ- k der sie 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 We sold our souls to matter, we sold our souls, yeah! Hello friends, my voice is onward. I'm just asleep on the street. I'm a bit sad, because I would have seen the other bands and had to be fired, but you can see, I'm absolutely in the ass, I can't anymore. I'm old. Hello. Agar-Gefährt. Okay. Du kannst dich mit nach hinten setzen. Es war so schön mit euch! So, Full Force ist nun officially over. Es war absolut wundervoll. Ich habe so viele Menschen getroffen vom letzten Jahr oder auch Leute, die mich angesprochen haben auf die Full Force Videos. Ich danke jedem einzelnen von euch! Ich würde mich natürlich, wie immer, darüber freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert und wir uns nochmal unterhalten können. Wenn ihr es liked oder vielleicht sogar teilt und meinen Kanal abonniert. Das wäre ganz großartig! Das war mir ein Fest und ich kann es nächstes Jahr kaum abfangen. Tschüss! Tschüss! B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Sieht nicht!